So, hi und hallo mal wieder. Ja, mal eben schnell ein kurzes Infovideo über die brandneuen und aktuellen Lego Ninjago Serie 5. Ja, ihr kennt ja, ich habe das Starterpack schon angeboxt und ich wollte jetzt eigentlich das Multipack unboxen. So, da bin ich gerade woanders vorbeigefahren. Mein Bekannter ist nicht bei meinem Zeitschriftendealer in Lottoannahmestelle gegangen, dachte ich, gehe ich mal rein. Da lagen diese Papiertüten. Das ist eine ganz normale Papiertüte von der brandneuen und aktuellen Lego Ninjago Serie. Ja, und ich habe mir gedacht, oh, die ist ja cool, habe ich gefragt, ob ich eine mitnehmen kann. Da hat sie mir gesagt, nein, ich muss davon ein Produkt kaufen, dann bekomme ich auch eine extra Karte. So, und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen. Habe natürlich noch ein weiteres Multipack gegönnt. Habe nicht darauf geachtet, habe ich jetzt zweimal die gleichen, aber ist ja egal. Hauptsache ich habe was. Und dazu hat sie mir diese Karte geschenkt. Von der brandneuen und aktuellen Lego Ninjago Serie 5. Die XXL2. Ja, ist die wohl cool? Das ist ja die XXL6, die in den Starterpack drin ist. Und dann ist das hier die Promokarte, wo ich ja gesagt habe, es gibt ab und zu Promokarten. Da muss die sein. Die habe ich umsonst bekommen. Ich habe ein Multipack, diese Papiertüte dabei gekriegt und dann hat sie mir diese Karte geschenkt. Ist das wohl cool? Es gibt sie also wirklich Promokarten. Ja, von Star Wars gab es sie ja auch, habe ich ja auch angeboxt. Also ich besitze jetzt zwei XXL-Karten der brandneuen und aktuellen Lego Ninjago Serie 5. Wenn ihr natürlich wisst, wo es die nächsten XXL-Karten gibt, schreibt es mir natürlich in Kommentare. Wie gesagt, das sind richtig coole Karten. Kommen natürlich zu meinen Ninjago Karten, die ich schon besitze in XXL-Form. Da habe ich ja wirklich schon einige. Die kommen jetzt dazu. Ah, die haben diesen besseren Glitzer-Effekt, wie ihr seht. Die da vorne nicht, die da auch nicht. Aber natürlich sind die besten immer noch die Vierfach-XL-Karten. Wer kennt die nicht? Aber nichtsdestotrotz, der Serie 5 gibt es eine Promokarte, die XXL2. Die XXL6 ist in Starterpack drin und ihr schreibt mir jetzt alles, wo ihr die nächsten schon gesehen habt oder wo es die gibt. Ich werde mir natürlich dann besorgen und ein Video davon machen. Also das war jetzt ein Infovideo. Wenn ihr diese Papiertüte irgendwo seht, fragt nach, ob es die Karte dazu gibt. Ich habe ein Multipack gekauft. Wie gesagt, 5 Euro bezahlt. Leider habe ich das Multipack schon. Aber ist ja egal. eine Papiertüte und die XXL2 limitierte Karte. Top. So, und jetzt seid ihr dran. Das war nur ein Infovideo, wo ihr was finden könnt. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.